Mein Name ist Uwe Mahrt und ich leite das Doktorhaus Schmitthaus in Melsungen. Mein Name ist Martina Richter, ich bin hier die Pflegedienstleitung und heiße Sie herzlich willkommen im AWO Altenzentrum. Wir möchten Ihnen heute gerne einen kleinen Einblick in unsere Einrichtung geben. Ein liebevoll gestaltetes Umfeld und behagliches Wohnen, Pflege in modern eingerichteten Räumlichkeiten und eine familiäre Atmosphäre zeichnen das Horst-Schmidt-Haus in Melsungen aus. Die Menschen erwartet eine ebenso herzliche wie professionelle Betreuung, ob in der Tages-, Kurz- oder Ganzzeitpflege. Zahlreiche Aktivitäten bieten den Bewohnern Möglichkeiten zur Tagesgestaltung, unterstützt durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Büro Aktiv. Wir betreiben seit vier Jahren mit fünf oder sechs Kolleginnen, je nachdem, das Blaudachstübchen. Wir spielen mit den Bewohnern, backen Kuchen für sie und es wird auch mal gesungen oder Musik gemacht. Ich besuche meine Mutter Katharina Kindl, 86 Jahre alt, die seit sechs Jahren im Doktorhaus-Schmidt-Haus wohnt. Ich bin froh und dankbar, dass nicht nur eine kompetente, sondern auch eine herzliche Pflege hier durchgeführt wird. Deshalb auch immer wieder meine Fahrt hierher und meine Mutter, die sich wohlfühlt, auch hier zu besuchen. Ich bin froh und dankbar, dass nicht nur eineieri스트 Pflege. Ich bin froh und dankbar, dass nicht nur eine Drohung ist und für eine ganze Zeit von Kuchen für sie am Schividades прекremieren können zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020